Ein Helm, wie ob 200 gekostet oder so Na stimmt, das weiß ich jetzt gar nicht, hätte ich wahrscheinlich auch kaufen können Oh mein Gott Wir haben es überlebt aber Oh mein Gott Haben wir, sag mir jetzt bitte, dass wir keinen Wir haben keinen Doch, nein Alter, ich reiß der aus Wir haben keinen Ductape Ich habe alles dabei, außer ein verschissenes Ductape Allein, dass wir das schon überlebt haben Lock Der Flug aus der Hölle war das So weit bin ich noch nie geflogen, Alter Ey, ich schwöre Wie laut sind die Schüsse Oha, Alter Was schießen? Treibt, Alter Da muss ein fettes Gewehr wieder dabei sein So ein 2000 Poptaps Gewehr Die hat sich abgefügt Und wo schießen die? Weiß es noch nicht Wissen wir auch Sonne Schüss, Alter Schießen die auf uns? Nein Da vorne läuft einer Ja 40 Grad 40 Grad Aus meiner Sicht Also nordöstlich Könnten NPCs sein Dann durch den Wald Dann durch den Wald Okay, dann sind es Spieler Nice Könnte noch jemand gewesen sein? Take care Ich bin noch ein bisschen hinter dir Und auf der anderen Bergseite Ich bin noch ein bisschen hinter dir Falls hier irgendwo Unterstützung kommt von dem Dann ist dein Leiche weggepackt, siehst du die nicht mehr? Schu- Alja Waren das die NPCs? Die gingen mir in unsere Richtung Keine Ahnung, ob es NPCs sind du bist schon relativ nah dran das könnten auf jeden Fall PCs gewesen sein eine person unbekannt 40 grad wieder siehst du denn schießt auf den spieler habe ich jetzt mal vorgehen schnell kurz hast du deine leiche gefunden gehe ich mal zu dem ich glaube die waren zu zweit nicht scheiße hier liegt seine waffe nice kommt sie runter oder solch hochkommen ich würde nichts in das auto laden ich will die waffe noch kannst du noch eine pkm anpacken keine lust ist er wieder herkommt und seine waffe nehmen können sonst packt es halt ins auto und dann machen wir die mission packen da alles rein und geht go aber das ist schon waffen drin ohne ende also ist komplett voll dann wollen wir das ding zum trailer fahren ja go ich tu dir range rein da rein ich habe einen dann kannst du die pkm noch mitnehmen moment ja ja in das auto würde ich keine waffen rein tun ich gucke rein voll mit waffen die haben bestimmt schon eine mission gelegt alle mit so einer schrottkarte 3 1 halb so schnell drin wie geht nicht dann sehen wir können sie auch einzeln verkaufen ich hab's vorgemacht nach kabel ladern ja echt jetzt schon mal Bis zum nächsten Mal.